Part 27 von Dark Souls 1 Ja Ja Dein Charakter Dark Souls 2 Ist schon, was weiß ich Eier Irgendwie so Und das sind noch nicht mal halb so viele Paars wie hier Das ist ein Level Man ja auch doppelt so schnell Ist ja auch einfacher Das Spiel Bisher schon, ja Weil auch meine gute Waffen hier Das hat sie hier Man muss aber nicht mit so einer Drecks Upelelebarung laufen Ja Oh mein Gott, der hat mich voller weh Das ist voller bad ass motherfucker Da wurde ich repost, alter Von nem Skelett Was, was ihr natürlich nicht wisst Ist, dass der, dass der Drake hier vor noch zu mir gesagt hat Dass, ähm, weil wir Geredet haben, wer die letzte Mal ein Part So lange gespielt hat, das war ich Und da meinte er ja Skelette, ja Das ist aber voll einfach Und so Und jetzt wird er pariert von nem Skelett Das ist echt Will doch passen Sie sind nur so scheiß dämlich, ey Sie sind nur so scheiß dämlich, ey Du bist doch nicht dumm Das ist wie der Logik glaub, ne Mhm Fallen auseinander Kann sie aber etwas zusammensetzen Ja Du schrägst auf sie ein und dann bringt sie aber tot Ja Keine of magic Das schon Ich bin nicht so wenige Seelen geben Da wird es ja vielleicht noch sieben geben Sonsten Hundert Seelen für einen Film Lächelt Wir brauchen schon über 10.000 Seelen Um einem aufzuleppeln Na 18 Fast Ja Und ne Doppelwallet zu uns hast den gesehen Er ist nicht der geile Badass Fucker Mh 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 Wie schnell man ja das Schild hebt, das ist unglaublich Ja Eigentlich müsste das Spiel ja noch einfacher für dich sein, weil du hier viel schneller agieren kannst Da unten sind sie Von mir Glaub ich Ja Kann ja noch mal sein Dann mach mal Mh 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 Ja ich kann jetzt ein paar im Tod gesprungen Ja Ja wahrscheinlich nur weil du mich dazu angestift hast Ja bestimmt Das gesagt kannst du ruhig versuchen da hinzuspringen Du bist noch gejumped Weil du meinst du kannst da rüber springen Was man so schön sieht dass das absolut Aber wo soll ich rüber springen können Hier wolltest du rüber springen Bis hier gelaufen und dann wolltest du da rüberjumpen Du hast mich gefragt kann man gelangen? Ich hab nur gesagt Ja genau Ich wollte da nicht rüber springen Ich hab gefragt ob man da lang kann Darfst du ja gesagt und deswegen bin ich da lang gegangen Also so mich doch dazu Ich bin da lang gegangen Du bist da runtergefallen Du bist gesprungen Ja aber ich hab dich vorher gefragt Du hast ja wie lang kannst du angucken Und du hast ja und du hast ja gesagt und deswegen bin ich da lang Ich bin da lang Ja aber ich hab nur was von springen gesagt Ja du hast aber gesagt ich kann da lang Ja du bist du schuld Ich hab dich nicht gemacht Ich bin nicht mehr ansatzweise schuld Ja Das ist noch nicht gegessen das Thema Ja 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 Da hab ich schon viel lebensenergie gefunden Egal 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 Wenn du so viel Wenn ihr so wie ich eben zuge beim dark souls 2 spielen Wir gucken uns immer abends noch die parts an die hochgeladen Da könnte ich durchdrehen Da ist er nicht mal ansatzweise halb so viel gestorben wie hier noch nicht mal ansatzweise halb so viel ich bin ja auch noch nicht aufgestorben muss aber bedenken dass das automatisch einfach mehr vorkommt da wir beide spielen das wird ja so gesehen sind ja schon zwei tode passiert bis ich das zweite mal spiele einmal meiner und dann deiner dann bin ich erst wieder da das ist das problem den leuten zeigen könnte sein dass da noch items liegen deshalb das war ich da gesprungen bin wenn du hier irgendwo etwas abkürzt du bist gerade angegriffen ja da ist ein schlucht ja was macht der olle da wieder so nehmen die wieder all der weil du am leuchtfeuer war deswegen nehmen wir alle wieder die menschen gesetzt aber du hast sie du hast dich dahin teleportiert was wir ziehen erst das floh kommt der wird alles zurückgesetzt möchte wir in teleportiert ist doch scheiße man es im zweiten fall auch nicht so natürlich nein die zweiten kannst du dich teleportieren da setzt er sich nicht auch immer sicher ja ich hab da jetzt mal nicht so drauf geachtet das ist ja jetzt nicht gemacht ich gehe davon aus zeige genauso in letzter zeit viel dazwischen ja da sieht man mal wieder was dazu zwei eigentlich für ein pussi spiel ist ein guter komfort wenn ich mir nicht heransätze ersetzt ich mich nicht ran teleportieren also nicht heransetzen ist auch blödsinn zum beispiel wo du kommst und ich frag mich wie die anderen netzplayer so sterben können das weiß ich ja ich gucke dir beim spielen zu und denke mir das kindergarten was er macht das ist doch das würde ich jetzt wenn sie 13 spielen und immer nur so schwere spielen diese zu anderen games sein vor wenn ich den anderen dabei zu gucken sehr so aus wenn die das alles losgelehrt da ist das 1 kann ich ja noch bestehen aber ich gucke ja weil dazu zwei gucke ich dir zu das sieht alles so auch hier sind zwei endgegner die gargäu ist da hast du das waren ja auch sechs im ersten paar ja eben das waren sechs ja wenn ich ja dann sehe die fricken ständig bei irgendwelchen scheiß ich kann halt nichts so herunter deshalb konnten wir jetzt den normalen weg mit mir gehen ja eigentlich viel und geht scheiß dass man hier nicht hoch sprinten kann aber so einen guten man trifft man nochmal später und da ist es jetzt auch von entscheidung was man antwortet aber ich spoilern nicht was sollst du sagen keine ahnung ich meine sind wir eigentlich kein kleriker ich weiß was passiert also vielleicht sollten wir jetzt im jahr nehmen ja jetzt ist es so besser das sind wir zu jahren keine ahnung man wo soll ich das du hast du schon gespielt ich will jetzt keine scheiße entscheidung treffen du hast gesagt dass es nicht egal ist weil es nachher ausdrücken drauf hat wir hat es ja auch ja dann will ich was welcher ausdrücken gesehen keine falsche antwort ja wenn das aber ausdrücken hat so vielleicht jedoch nicht soll ich es schon wieso ja aber wenn er denkt du bist kleriker und dann kommt er halt zu dir und will dass du ihn heil ist und das kannst du nicht wenn du kein kleriker bist ja ist das vielleicht auf der einen seite trug weil er verreckt aber auf der anderen seite kriegt man vielleicht seine waffen und so also woher soll ich das wissen also wenn du jetzt eine gute entscheidung treffen kannst dann tue es keine gute oder schlechte entscheidung was soll das denn jetzt heißen das was ich gerade gesagt habe es muss doch gute auswirkungen haben oder schlechte auswirkungen natürlich du hast eben gesagt dass das beeinflusst nachher den verlauf also musst du jetzt ja aber es kann auch beides gut oder beides schlecht sein oder nicht woher soll ich das ich weiß nicht was passiert deshalb sagt denn es gibt keine gute und keine schlechte ich bin keine schlechte das ist doch 1 2 ist das nicht scheiße gerade noch kommen bitte mal das ist doch scheiße soll du hast gesagt dass es auswirken da kann ich mich nicht einfach so entscheiden ja was hast du denn es passiert hier keine ahnung wenn du es jetzt allein spielen würdest musst du dich auch entscheiden die spielen nicht alleine das ist das ja ja tja nein hier ist hier sind So, dann haben wir das hinbekämpft. Nur ein Sunde ehrlich. Du musst aber den Himmel haben. Das Hauke, den die man eben durchblutscht. Das soll dazu ist eins. Obwohl das immer noch anpassen ist, sonst fange ich an zu heben. Ach, wie gut dieses Charaktermodell aussieht, ne? Ja. Die Stacheln ist nicht runtergegangen. Dafür ist der Hebel ja da. Bestimmt, weil er davor steht. Obwohl wir gerade den Hebel gezogen haben. Der ist auch noch gezogen. Der soll eigentlich nicht drehen, das ist wahrscheinlich. Jetzt, jetzt sind sie. Das ist ein bisschen komisch. Creepy. Scheiße, jetzt sind sie in der Ausgangsstellung. Und jetzt kommen die bestimmt gleich wieder hoch, weil das auf Zeit geht. Nein, das geht nicht. So. Das haben wir alles hin. Direkt hier. Soweit ich das weiß. Aber hier war kein Magic-In, ne? Der die hier immer wieder belegen könnte. Hm. Das wundert mich ein bisschen. Hm. Nein, nein. Warte. Wir müssen jetzt bespringen hier im Frühstück. Das ist auch gut sein. Weil das haben wir ja alle schon gesehen. So, was wir da haben, wo du auch schon was. Weil du dich dann sehnst. So, den iPhone. Ja. Nito eingegangen hast. Hm. Ja. Um die Eile zu kriegen. Hm. Oh. Oh. Ey. Jetzt stirbst du wahrscheinlich noch, weil die sich... Was ist das denn, ey? Ey. Ich glaub's nicht. Das ist doch behindert. Was ist das? Wir spielen gleich was anderes, wenn du so weiter gehst. Ja, was denn? Wenn du so weiter gehst, würde dir alles bisher scheißen laufen. Ne, aber das ist doch... Was war das denn jetzt? Ne, da ist mir gefallen. Deine Beine stehen da unten halt. Und du kannst nicht schlagen, wenn du die Treppe schlägst. Das hab ich doch. Hm. Irgendwie falsch hast du gesehen. Ey. 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 Hallo, ich hab dich grad geschlagen. Ist die Waffe kaputt? Die ist bloß nicht kaputt. Steht halt wieder rum. Da ist er wohl. Wie oft willst du ihn denn noch töten? Unendlich mal, oder was? Nee, aber ich müsste halt hier in der Ecke bleiben. Nee, ich sag jetzt mal nichts dazu. Nicht gut. Die Klitschen heute schon hören, das ist doch nice. Ja, auch richtig nice. Sag, du bist nur so long, ne? Ja, hab ich ja auch eigentlich, ne? Davon spür ich mal gerade so gar nichts. Ich hier irgendwie grad ein bisschen pisst bin auf das Spiel hier. Wom denn? Ja. Gehst die Treppe hoch, beziehungsweise runter, wirst du erstmal angegriffen. Was soll Drugs heute? Kannst nichts machen. Dann glitschen die einfach so in den Boden rein. Dann die Treppe, äh, die Brücke, wo die Stacheln nicht weggehen, obwohl du die Schalter betätigt hast, wo du den Schalter wieder reindrücken musst, damit die Stacheln weg sind. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich nicht so, weil man das eigentlich mitziehen soll, wenn der davor steht. Und die Seele von dem Penner haben wir auch noch nicht gekriegt. Ja. Oder die Items, die er vielleicht hat. So, jetzt kommt ein Entgegner. Hm. Und hier hab ich schon wieder gestartet. Doch, hab ich gesagt am Anfang. Ja. Ja. Alles gut. Alles gut. Ach, Stölk für den Ecke. Und der ist total leicht, eigentlich. Mit der ordentlichen Waffe, die ich ja jetzt nicht habe. Das ist scheiße an dem Spiel. Weil hier musst du runter. Ja. Heißt allerdings, automatisch verlierst du HP dabei. Du musst da hinten in die Ecke springen. Ja. Super lustig. Geht auch voll weiß. Ja, so nicht. Ist aber egal. Es ist voll doofes Wetter draußen. Ehrlich meins. Wie ist das denn für dumm? Wie ist das denn für dumm? Freiburg. Ja. Ups. Wie ist das? Wie ist das voll leicht. Ich kannst du entfachen. Jetzt kannst du Leuchtfeuerstärke entfachen Ui woaaaaiiii der ist leicht wir sind völlig überpowered für dieses gebiet das ganze gebiet ist mir leicht die feinde mit einschlagen dafür kommt das gebiet was jetzt kommt dafür kommt dass er es kommt und es ist extrem scheiße meiner meinung ist das beschissenste im ganzen spiel das nächste gebiet jetzt was mir persönlich überhaupt kein spaß das ist ja jetzt schon kannst du auch so viel sehen wie ich ja das ist das nächste gebiet bis zum einen fackel gibt es keine fackeln wie was warum gibt es keine fackeln da hinten sind aber viele seelen ich weiß da gehe ich ja wir gehen da ja gleich hin muss ja wir müssen da ja durch was machst du schon hier steckt das gadget oder item ich guck gerade weil du warum du dir an die seelen da oben ran möchtest die da vorne eh ob man da von hier ankommt sagt dein charakter denn ich bin batman und so deshalb habe ich das eine mal gesagt ich bin so glücklich dass wir dieses eine im alten schon bekommen diese hier ja fast ich erinnere es die kriegt man hier nämlich erst später und ich hatte sie noch nie bisher vorher deshalb muss ich das ganze gebiet immer in dieser dunkelheit machen ja jetzt haben wir diese lampe das hat weiße glücklich dass wir das schon ja das ist richtig ja weiß ich noch da kommt ein land da kommen wir nun wieder auf den hauptwichtzeug ich finde das voll unfair man in dark souls 2 brauchst du auch viel weniger sehen ich sag ja kindergarten im vergleich zu diesem spiel das ist alles andere schwer an dem spiel was sind das denn für dinge kannst du nicht ein bisschen ach die sollen an den weg weil es ist ja sonst nichts ist ja aber wie soll man den denn im dunkeln das geht und dann leuchst du immer nur vom punkt zu kommen so muss es ja eigentlich machen und die fülle laterne nicht hast du musst du den dingern folgen ja das sind gegner wie gibt ja das geht wo ist das fies da hast du mal gesehen wie fies das ist da kannst du nicht rüberjumpen bitte auch nicht so einiges was ich noch nicht hab geholt habe bisher zum einfachen grund weil du die lampe nicht hast doch ich hab die ja jetzt ja aber ich hab ja nie bock gehabt das die sache zu holen weil es so unfair ist das sind töten ist sterblich gehen nicht zu weit nach vorne das ist ein abgrund das sind nämlich auch bogenschützen und die nerven richtig krass alter das könnte man sich hier mal gescheit umgucken wir haben das ganz vergessen am besten die direkt wieder runter und den da wär ich da kommen sie mir gleich noch einmal du meinst der der jetzt da hinter dir der hinter mir steht jetzt der da runter gefallen ist sehr schön dann kannst du dich heilen ne ich geh es noch nicht aber dann kommen wir hier nicht mehr hoch ne da musste man doch einmal an den ja egal ob sie haben das ding bald beendet hier imstand da musst du dann den links drücken kommst du den links drücken ob hier ist das da war noch eine seele bevor du jetzt runter gehst du kommst dir nicht mehr ran du hättest beim runter rutschen hier aus der rechts drücken müssen ach so dann kommen wir da halt nicht mehr ran so recht vor ihm aber trotzdem ey die charaktermodelle sind richtig hübsch hier ne So schön detailliert Und die Rüstungen sehen richtig wie Rüstungen aus Und nicht wie Hier soll man die ganze Position geheult haben Dass das Spiel zu dunkel ist Was bitteschön Hat ein vernünftiges Charaktermodell Mit der Dunkelheit eines Spiels zu tun Das verschleiert das dann Teilweise Die Umgebung zum Beispiel Der ja nur so scheiß aus als alles zu hell ist Und die Rüstungen des eigenen Charakters gehen ja noch in Teil 2 Er ist halt so So was habe ich da sehr großartig gefunden An Rüstung ist gar nichts Wir sind hier schon viel weiter als ich in Teil 2 Du hast sämtliche Rüstungen in Teil 2 Jetzt schon gefunden Sind zwar nicht die toll aussehen Sind zwar nicht so Rüstungen die jetzt toll aussehen Aber Aber außerdem geht das nicht darum Wie viele Rüstungen du hast Sondern guck dir doch einfach nur mal diese Rüstung an Und die Details die in dieser Rüstung stecken Ja Wenn du dir im zweiten Teil mal dein Charaktermodell anguckst Mit den matten Texturen auf deiner Rüstung Wo ich denke Na Was spiel ich denn da Playstation 2 Ja Ich meine ich sag ja nicht Dass Dank Show 2 allgemein nur scheiße aussieht Es hat ja schöne Pictures manchmal Schöne Momente Für Bis du dich nicht Bis du dich wieder bewegst Aber Und wobei hier seine Rüstung so gut aussieht Oder was Hier sind alle Rüstungen so gut detailliert Geht denn Ach mich stört das doch auch nicht Normalerweise müsste man das im direkten Vergleich zeigen Ja Ja Schwierig Das Das wär was Im direkten Vergleich Zack und zack Die sind auch nicht so krass detailliert Da hast du eigentlich nur Bumpenmapping drauf Und durch den Licht einfall sieht das so gut aus Ich weiß dass sie auch so wenig hässlich ist Erinnerst du dich noch an den? Um mal das Spiel weiterzuführen Ja Das ist der Den wir eben Der uns eben gefragt hat Ob wir Ob wir Kleriker sind Ja Ich weiß nicht was jetzt passiert Und wie ich gesagt hab zu Willkommen Warum ist die Oh Das ist das Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wir sind Ich weiß nicht Der ist skurril, der Typ. Ein hübscher Schatzhaufen, seht ihn euch an. Oh, schau, die haben wir das neu echt... Oh, das ist doch geil, oder? Aber wir können jetzt noch 20. flachen, ne? Das ist noch geiler, das hier 20. Das kannst du jetzt auch mit jedem direkt frei machen. Na, was wollen wir hochstufen? Meister? Lass uns mal gucken. Kondition ist wichtig, wenn wir schwere Rüstung tragen möchten. Aber Stärke ist dafür auch wichtig. Stärke ist eigentlich für uns wichtig. Und so Stärke ist wieder unwichtig für uns. Wir brauchen 26.000 Seelen schon? Ja. 26.000 Seelen, deswegen ist das ja... Welche Part haben wir gestern geguckt? 15. ne? Ja, 16. Also, für euch ist das nicht gestern, für euch ist dieser Part ja... Kommt ja... Kommt der überhaupt nächste Woche oder so, ja? Naja. Kommt er noch diese Woche? Ne, diese Woche geht er gar nicht mehr, heute ist Freitag. Heute kommt er auf jeden Fall nicht, also muss der nächste Woche irgendwann kommen. Ja, stimmt. Aber die sehen ihn ja jetzt. Ja, ja. Wie viel Spaß hast du hochgeladen? 23. Ich hab kein Plan. 24. 24. Ja. Das kommt nächste Woche ja. Freitag könnte das sein, dass dann nächste Woche Freitag kommt. Mhm. Oder halt mittler. Ja. Ein Level können wir verteilen. Ja. Und jetzt müssen wir halt genau wissen, was. Okay, steigt halt auch noch die Abwehr, ne? Das siehst du ja. Ja. Sobrei brauchen wir nicht. Konting. Weißt du, ich komm mir vor, als wären wir noch voll schwächlich irgendwie, hm? Ja, aber Stärke, Upgrade bringt nichts aus, wenn du willst das für ne Waffe auch hochkriegen. Sonst ist das völlig unnötig. Genau. Wie lächerlich das zu steigen. Was für Waffen haben wir denn noch im Inventar? Scheiße. Weißt du doch, das ist unsere beste Waffe, die haben wir sogar schon gemobbelt. Die ist schon bloß, in Anführungsstrichen schon plus 3. 318 Schaden macht die. Nein. Ich geh einfach mal schnell durch, wenn du irgendwas mit einer 300 siehst, bitte. So schnell was zu gucken können. Geh ich mal von auf. Ah, ich werd 200. Aber komischerweise zieht's dich nicht mal ansatzweise 200. Ne, hätte auch mal abgesehen, hm. Lächerlich. Ich werd das Grab fürst. Das kostet so, dass du 265 und so bist. Aber nicht auch gemobbt. Das ist auch schwach. Macht halt Giftschaden auf 300, wenn du mal triffst. Ah ne, gar nicht, wenn du die starke, den starken Angriff zweihändig machst. Aber erst dann laufen wir in die zwei Hände rum. Und das Schlagern gibt er offiziell. Bis du schon tot bis hoher. Drachenzahn haben wir, oder? Mhm. Der Drachenzahn ist aber so ein Hammer, glaube ich, ne? Das ist ein Hammer, aber auch benötigt. Ja, Fick ist es, ey. 18. 18. Das ist richtig schwer, das Ding. Die ist noch gut. Die schlägt aber auch immer nur einmal zu. Ja, so, die hat keine Kombos, haben wir ja schon, glaube ich, ne? Hat keine Kombos, ne, benötigt 50 und hat keinen Attributbonus auf nichts. Warum haben wir nur so ein Bullshit, verdammt? Im Endeffekt gibt es in Dark Souls kein Bullshit. Warum? Ja, okay. Es gibt schon Bullshit. Ja, guck dir den Scheiß doch an. 82 Schaden, ey. Was sollen wir denn da mit? Und 20? 40? Das ist ein Schwertgriff. Ja. Das ist Bullshit, das kann man sagen. Aber jetzt beispielsweise... Es gibt viele Leute, die spielen mit... Zweihänder. Die Leute spielen tatsächlich auch mit dem Shuttle. Zwei-händig. Aufgetuned. Schwertes Grandfuss gibt's Leute. Chaos-Klinge spielen viele mit, weil wir den Blutungsschaden voll aufgemobbt. Ja, aber wir haben nichts aufgemobbt. Ich meine ja nur, dass es fast kein Bullshit gibt den Tag. Das kommt auf deine Spielweise an, was gut ist einfach so. Wenn wir es... Wenn wir es... Waffe spielen, aber du... Wir haben ja nur so eine Scheiße, ey. Warum überhaupt eine hellebarde, ey? Weiß ich nicht, das ist eine Waffe, die aufgemobbt ist. Wir können ja auch andere Waffen aufgemobbt, nennen. Sind sie immer noch schwächer als unsere hellebarde. Der Grundschaden unserer hellebarde ist schon höher als bei jeder andere Waffe. Ach, wir haben uns nicht gemobbt. Nein, das wollen wir aber machen. Wir wollten gucken, wegen einer Waffe aufgemobbt. Du! Ich hab dir nicht gleich gesagt, das bringt nichts. Okay. Wir haben uns völlig glitzer als so. Glitzer-Tetanit? Mhm. Gibt's doch nur im zweiten Teil. Das heißt ja anders. Hier brauchst du doch nur äh... Fokkeltetanit. Hör mal, können wir auch auf Türen. Zwei haben wir. Eine Stunde ist schon wieder rum. Das machen wir. Weißt du, ich bin aber eher so ein Schwertmacker, ey. Hellebarn finde ich scheiße. Kann man jetzt machen. Wir haben kein Schwertmacker, was einigermaßen entscheidend ist. Pft! 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 Der Mensch an sich. Ich rede jetzt nicht von mir persönlich. Ja, du redest nie von dir persönlich. Du sagst immer ich, 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 ich. Och, ich meine aber uns alle. Ich, 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 ich. Der Mensch ist ja schuld. Die Spitze in der uns. Aber das lief ganz gut, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich musste nicht einmal eingreifen. Nee. So, klasse. Ich trinke gleich noch einen Kaffee oder so und hole mir ein paar Kekse, noch einen Döner und dann gucke ich dir weiter zu beim Spielen. Das ist schön. Ja, ja, finde ich auch. Ich, immer und wieder, sag ich mal einen Kommentar, schmeiß ich mal so einen Kommentar in den Raum. Wir müssen ein bisschen ruhig. Ja, noch, noch bin ich ein bisschen zu ruhig, ne? Könntest du mehr reden, ja? Ja, könnte ich wirklich machen. Wenn du eh schon nicht spielst, damit man merkt, dass du auch noch anwesend bist. Ja, nur, dass das Problem ist bei mir, jetzt wo wir Dark Souls 1 spielen, fällt mir auf, wie hässlich Dark Souls 2 ist. Ich glaube, nicht. Ich nicht? Nö. Ein wahrer Dark Souls-Fan juckt die Grafik nicht. Ich hab mich zwar teilweise auch gewundert, warum? Du darfst dich nicht so abzocken lassen von dieser Spieleindustrie. Abzocken lassen? Ja, du lässt dich voll abzocken von dieser Spieleindustrie. Das ist doch keine Abzockerei. Seit wann ist denn Grafik ein... Das ist abzockt, wenn du 60 Euro für ein Spiel bezahlst, dann will ich auch ein gutes Spiel haben, wo nicht nur das Spielgefühl gut ist, sondern auch die verkackte Grafik gut ist. Nein. Ja? Nein. Natürlich. Nein. Das ist auch... Das ist genauso. Du holst dir Dead Space 3. Ja. Ich hol mir das nicht. Du hast dir das damals, als es neu war, ne? Ne, da warst du bei Mediamarkt im Angebot, glaube ich, ne? Das war im Cell 3 Spiele 50. Genau, im Cell 3 Spiele 50. Trotzdem, ey, das ist so ein Spiel... Supergut. Das ist überhaupt nicht supergut. Das kannst du gar nicht beurteilen, dass du nie gespielt hast. Ich hab Demo gespielt. Ja, das reicht aber nicht. Das hat mir gereicht. Das hat mir komplett gereicht. Ich weiß auch nicht, wo du gerade drauf hinaus möchtest. Weil du das hypst und ich das einfach scheiße finde und Abzockerei. Ich finde, der erste und zweite Teil sind die besten Dead Space Teile. Es gibt danach, ist vorbei. Dead Space ist gestorben mit dem dritten Teil. Und die In-Game-Käufe, die In-Game-Käufe. Also ich bitte In-Game-Käufe. Naja, komm ey, das hat mittlerweile jedes Spiel. Hat Dark Souls das? Ist Dark Souls jedes Spiel? Dark Souls ist eine Randgruppe. Du hast jedes Spiel, jedes Spiel. Du hast nicht Randgruppe gesagt, du hast jedes Spiel gesehen, jedes... Du meinst damit, jedes Spiel, was jetzt rauskommt. Ah, jetzt nehmen wir uns schon gewörtlich, ja? Du hast einen Rage-Trade, den du hier gerade unnötig dabei verfasst. Ich sag ja nicht, dass Dark Souls 2 scheiße ist, aber ich sag, es fällt mir nur auf, wie scheiße es aussieht. Ja, und ich hab nur gesagt, es stört mich nicht. Ja. Und schon bist du wieder im Rage. Ja, weil du dafür 60 Euro bezahlt hast. Ja, na und? Ich mein, ist natürlich schön, du kannst das jetzt playen, wenn es noch aktuell ist, das ist natürlich toll. Aber... Grafik ist für mich absolut unwichtig. Für mich nicht. Ja, und das ist genau der falsche Gedanke. Wofür hab ich mir denn einen verkackten Full-HD-Fernseher gekauft, wenn ich noch nicht mal in Full-HD spielen kann? Ich mein, das kann ich sowieso nicht. Das kannst du auf fast gar kein Spiel, du kleiner Robo. Aber wofür hab ich mir denn einen Fernseher gekauft, wenn das so scheiße aussieht? Kann ich auch wieder einen Röhrenfernseher spielen? Ja, und? Und? Naja, ist ja... Der Dishorn hat, ja? Ich sag nur, Dishorn hat, was du geholt hast. Das ist so mit das hässlichste Spiel, was ich hier auf der Xbox 360 gesehen habe. Ja, ich sag, ich hab nie gesagt, dass das ein schönes Spiel ist und ich hab dafür keine... Aber lass den Rage, du. Ich hab dafür keine 60 Euro bezahlt. Und es hat auch ein tolles Spielgefühl. Und es hat wirklich schöne Stellen hin und wieder. Habe ich noch nicht eine gesehen. Wie lange hast du das schon gespielt? Ein paar Stunden auf jeden Fall. Und das ist schon ausschlaggebend genug. Wenn man ein paar Stunden spielt und es kam noch nichts Schönes vor, dann... Ich mein, da gibt's bestimmt auch wieder... Also ich sag ja auch nicht, dass es schön ist. Habe ich ja von Anfang an nicht gesagt, dass es schön ist. Ich hab gesagt, dass es von der Grafik her so ein Mischmasch aus Fable und was hab ich gesagt? Keine Ahnung. Fable und irgendwas anderes. Ja, nur das Fable. Das war aus die letzte Saison. Ja, keine Ahnung. Das Saison habe ich das letzte Mal gespielt, als ich es mir gekauft habe. Ja. Aber ich meine jetzt nur, ey, das ist... Weiß ich nicht, ey. Schlimm, ich find sowas schlimm. Genau so, was Resident Evil macht. Abzockerei einfach nur noch, ey. Wo ist das denn Abzocke, ey? Resident Evil ist für mich nicht mehr Resident Evil, ey. Das ist trotzdem keine Abzocke. Das ist nur noch ein scheiß Action-Spiel, ey. Ja, das ist trotzdem keine Abzocke. Ja, das... Abzocke wäre es, wenn du gezwungen wirst, es zu kaufen. Bist du gezwungen, es zu kaufen? Nein, bist du nicht. Jeder Spieler entscheidet selber, was ihm gefällt und was nicht. Also kann er kaufen, was er möchte. Ich weiß nicht, dass das Abzocke ist. Ja, würde ich gerne wissen. Weil sie den Namen nicht raufschreiben dürften eigentlich. Jetzt kommen die Charaktere aus Resident Evil vor. Ja. Und jeder weiß vorher, was Resident Evil 6 wird. Ein Älterste. Da wird... Da wird... Da werden... Von damals, von den ersten guten Resident Evil Teilen, das heißt 1 bis 3 und vielleicht noch Code Veronica, werden die Charaktere genommen und in ein Call-of-Duty-Universum reingesteckt. Ja. Und jeder Spieler wusste das vorher. Was daraus wird. Ein Haufen Scheiße. Wenn die Leute das wissen, dann ist das auch keine Abzocke. Deswegen habe ich mir seitdem auch kein Resident Evil Teil mehr gekauft. Doch, was auch 5. Tja. Für... Was war das? 10 Euro oder was, ey. Das sieht doch nicht. Die ich dafür bezahlt habe. Aber... Neu werte ich niemals mehr so eine Spiele. Gar nicht mehr. Da hole ich mir lieber ein Indie-Spiel oder so, ne. Habe ich mehr von. Mehr Freude. Dafür auch kein Fallbreit bezahlt, ey. Oder ein schönes Telltale-Spiel oder... Oder ein Adventure. Von Adelic. Oder so. Das man besser mit aufbinden. Und auf einmal was einem gefällt. Ne. Ja. Ich finde, für 60 Euro sind die Spiele überteuert. Genauso wie Call of... Äh, äh, wie Battlefield 4. Voll verbuggt. Und sowas trauen sie sich auf den Markt zu schmeißen, ey. Traurig ist das. Tja. So ist die Spiele nicht wie heutzutage. Ja, ich finde das total Abzocke irgendwie. Ich finde das... Wir werden verarscht von vorne bis hinten. Und dafür sollen wir noch 60 Euro bezahlen. Das ist Abzocke. Für verpackte Spiele, ja. Da stimme ich auch zu. Wie für verpackte Spiele? Verpackte. Verpackte Spiele. Ja, das sagte ich ja. Verpackte. Verpackte Spiele. Das ist Abzocke. Ja, das ist doch komplett behindert. Aber das ist was anderes. Hässige Grafik ist halt so. Wenn der das Entwickler das nicht besser kann, dann kann er es nicht besser. Jetzt sagt er, weil er es nicht besser kann. Du siehst ja in Dark Souls 1, dass es doch besser geht. Und es ist die reine Ruckelordie. Teilweise. Das ist From Software. Da hätten sie ja die paar Jahre, die sie jetzt an Dark Souls 2 entwickelt haben, entwickeln können. Ja. Daran, dass es nicht mehr so verpackt ist. Aber eine komplett neue Engine zu nehmen. Ja. Ja. Dass wir wieder im Playstation 2 Zeitalter sind. Ja. Aber nur bei den Gesichtern der NPCs. Bei den Gesichtern der NPCs. Bei... Nicht nur bei den Gesichtern, ey. Ich meine, Dark Souls 1 hatte ja schon keine Mundbewegungen. Aber... Es ist traurig, man. Ich mag das Spiel ja eigentlich. Aber es sind halt Sachen, die mich total aufregen. Und deswegen zahle ich dafür keine 60 Euro. Ja. Ja. Bist du jetzt fertig mit deinem Rage? Ja. Der völlig unnötig gestartet wurde. Der für mich sowas... Nee, ich verheißer. Ja. Ja. Ich bin jetzt fertig. Es ist ja schön, dass dich sowas aufregt. Ja. Ich hoffe, Watch Dogs sieht nicht so scheiße aus, wie ich das gesehen habe bisher. Das erinnert doch nicht an die Spielqualität. Das ist doch voll die falsche Einstellung, Alter. Nein. Ich würde mir noch niemals ein Spiel entgehen lassen, nur weil es scheiße aussieht. Ich will im heutigen Zeitalter Spiele haben, die auf dem heutigen Niveau der Technik sind. Das kriegst du in 100 Jahren nicht. Um das heutige Niveau der Technik zu bekommen, solltest du dir vielleicht mal ein PC anschaffen. Moment mal. Nein, es geht. Ich habe Metro The Last Light, habe ich ja jetzt zu Hause. Ich habe dafür keine 60 Euro gehabt und das sieht viermal so gut aus wie Dark Souls. Ist ja auch ein Ego-Shooter. Ja, das hat damit nichts zu tun. Ja, auch. Von der Grafik her sieht das, ob du nun aus der Ego-Perspektive guckst oder aus einer verdammten Sir-Personal-Perspektive, ist doch völlig scheitsegal, Mann. Die Umgebung bleibt ja dasselbe. Trotzdem. Also von daher, das hat überhaupt nichts mit der Perspektive zu tun. Router. Überhaupt nicht. Router. In Dark Souls gibt es keine Ladezeiten, außer du teleportierst dich. Das ist also alles ein Gebiet, so gesehen. In Metro The Last Light wird jedes kleine Popel-Gebiet neu geladen. Ich glaube, ich habe es nie gespielt, also in Metro The 33 ist es jedenfalls so. Ständig Ladezeiten. Das ist gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das spiele, aber ich gehe da mal von aus. Das ist halt bei Ego-Shooter. Bisher ist mir das nicht so, weil du auch hin und wieder erstmal ladest, aber das hat damit auch nichts zu tun. Natürlich sind kleine Gebiete. Wenn ich Skyrim spiele, solange ich nicht in ein Haus reingehe und die offene Spielwelt genieße, habe ich immer noch bessere Grafik als in Dark Souls. Und das ist auch eine offene Spielwelt. Also erzähl mir mal nichts, ey. Oder wenn ich, wenn ich, äh, ähm, ähm, hm? Wenn ich Dragon's Dogma spiele. Voll gestopfen in Ladezeiten. Aber nicht in der Außenwelt. Du hast eine freie, begiebbare Welt. Ja. Die auch nicht gerade schön ist. Schöner als in Dark Souls. Das ist mal ein Zeichen, das ist auch so schön. Ja, aber schöner als in Dark Souls. Und ich habe auch keine 60 Euro dafür. 60 Euro ist für dieses Spiel zu viel. Scheißegal, was da für ein Name draufsteht. Nee, also ich muss sagen, für, weiß ich, nee, für, für Halo, ähm, habe ich gerne 60. Da habe ich sogar 80 bezahlt, ey, weil ich die Limited Edition habe. Das ist aber an sich viel zu viel Geld für ein Spiel. Nö. Ist ja eine Limited Edition gewesen. Ist ja egal. Wenn du eine kleine Klinikler bist. War gar kein Buch drin. Da waren nur 70 Euro Zettel drin, glaube ich. Natürlich ist da auch ein kleines Heftchen drin gewesen. Ein Heftchen? Ich rede aber von so einem richtigen Artbook. Das war da nicht. Ja, so ein richtiges Artbook war. Das ist da, das, aber die Verpackung ist hochwertig. Verarschenspappe. Mit einem Magneten drin. Na und? Sieht trotzdem hochwertig aus. Sieht gut aus, das sage ich ja nichts. Aber es ist keine hochwertige Verpackung. Das Spiel war da drinnen. Und der Season Pass. Und ein Poster. War da ein Poster drin? Ja, da ist ein Poster drin. Ja, das ist ein Poster. Ja, eine Blaupause. Aber als Poster. Na ja. Du siehst ja, wie viel Umsatz die Spieleindustrie macht. Sagt eigentlich nur, dass die Spiele zu teuer sind. Also, dass sie sie rein typisch auf die 30 Euro verkaufen könnten. Two Worlds 2 sieht geiler aus als Dark Souls. Boah, ich glaube... Ja, ich meine ja, das sind nur ein paar Beispiele. Natürlich ist keins... Two Worlds 2 geht auch ständig. Natürlich ist keins so schwer wie Dark Souls. Man hat auch nicht dieses Spielgefühl wie Dark Souls. Ich sage ja auch nicht, dass Dark Souls ein schlechtes Spiel ist. Also, von der Grafik her ist das für mich... Two Worlds 2 an jeder Stelle gleich aus. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Da gibt es vielleicht vier verschiedene, unterschiedliche Gebiete. Aber die Untergebiete an sich sehen an jeder Ecke gleich aus. Auf jeden. Ich habe es durchgespielt. Ich bin fast durch. Wenn ich empfand, das ist auf jeden so. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Schon beißt, was das Anfangsgebiet ist, die komische Wüste, was es ist. Es steht fast nichts. Low. Ich habe da andere Erinnerungen. Waldgebiete, die wir jetzt online gespielt haben, die drei ersten Gebiete sehen alle gleich aus. Ein Schlauch, der immer gleich aussieht. Du, das was wir online spielen und das was wir oft, also im Story Mode spielen, ist was völlig anderes. Das repräsentiert es aber trotzdem jedenfalls. Und da bewegt sich das Gras, wenn du durchgehst. Ja, wow. Und die Lichteffekte sind klasse. Und die Farbe ist richtig klasse. Das ist ja auch ein fröhliches Rollenspiel. Die Rüstung sieht richtig gut aus. Naja. Wenn du eine vernünftige Rüstung hast, sieht sie gut aus. Immer noch besser als in Dark Souls 2. Rüstung ist unglaublich, ey. Ich sage nur gerade, was mich so stört. Und deswegen ist Dark Souls 2 für mich keine 60 Euro wert. Wenn ich das als Budgetpreis kriege für 20, dann sage ich, ja gut, das gönne ich mir mal, ja. Aber so 60 Euro für so ein Spiel ist für mich, also was das angeht, zu viel. Also entweder muss ich darauf, ich meine, für dich ist es klar, du stehst da voll drauf, ne. Natürlich. Aber für mich ist das jetzt, ne. Das hättest eine geile Grafik gehabt, dann willst du es auch latten. Wenn du darauf eh nicht so abfährst, was willst du denn damit? Es regt mich, es, pass auf, wenn Dark Souls 1 noch schlechter ausgesehen hätte, als Dark Souls 2 jetzt aussieht, hätte ich, hätte ich, hätte ich, nein, das stimmt nicht. So. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Dark Souls 1 sieht besser aus als Dark Souls 2. Doch, nimm das direkt im Vergleich. Guck dir hier von Part an und guck dir da von Part an. Nebeneinander am besten. Damit du die Charaktermodelle siehst und die Umgebung, wenn du mal draußen bist in Dark Souls 1. Ja, wenn du mal draußen bist. Wenn du mal draußen bist. Da gibt es überhaupt keine Außenareale. Außer den einen Wald. Es gibt den Wald, dann gibt es da, wo das Leuchtfeuer ist. Das ist doch kein Außenareal. Das ist ein kleiner Puppelbereich. Das ist trotzdem ein Außenareal. Da steht doch nicht mal was. Das ist ein Außenareal. Außenareal heißt, wenn du draußen bist. Nicht, wenn du im Gebäude bist, sondern wenn du draußen bist. Und ob du jetzt im Wald bist oder am Bohnfeuer, das sind Außenareale. Du möchtest also ein kleines Außenareal, was vielleicht 500 Quadratmeter groß ist, mit einem weitläufigen, weiß weiß ich was, Areal aus Dark Souls 2 vergleichen. Würdest du mich verarschen, Alter? Wie dumm bist du eigentlich? Was geht denn jetzt hier ab? Ich sag ja jetzt nur, was ich heute aufgelegt habe. Du vergleichst hier gerade kleine... Das regt mich gerade auf, weil du Miniareale vergleichst mit riesigen, großen, weitläufigen Arealen draußen. Das kann man doch nicht vergleichen. Die Optik sagt das schon. Da steht überhaupt nichts am Leuchtfeuer ganz am Anfang. Da ist ein Leuchtfeuer, dann stehen da ein paar Wände rum. Und das findest du viel, viel hübscher, wo da gar nichts großartiges zu animieren ist, als irgendwas aus Dark Souls 2, was viel größer ist, wo viel mehr steht. Ich dreh jetzt nicht vom Wald. Der Wald im Übrigen aus Dark Souls 1 sieht auch scheiße aus. So, bevor ich hier noch einen Rage Train fahre, verabschiede ich mich jetzt. Ich hab da auch keine Lust mehr zu diskutieren. Ich weiß, du findest Dark Souls 2 hässlich. Ich find's auch nicht so sonderlich hübsch. Das ist nun mal so, das weiß auch jeder. Fans, ist das egal? Ja, schalte ich ab, ist egal. Ist völlig egal, ja. Ich weiß zwar nicht, warum man sich abschaltet, weil der USB-Stick nicht abschaltet. Ich hab ja auch nie gesagt, was aus einem Scheißspiel ist. Das hab ich ja nie gesagt. Ja, das hab ich auch nicht behauptet. Ich hab ja nie gesagt. Das hat ja Sachen, die andere Spiele nicht haben. Und deswegen spielen wir sowas, ja. Warum schaltet sich ein USB-Stick ab? Was soll ich denn das wissen, Mann? Ich mach so einen USB-Stick. Also ich baue sowas nicht zusammen. Das ist noch nie passiert. Ist ja auch egal. Wir gehen wieder wieder auf. Das ist tatsächlich einfach aus. Oh, weil der ging mir viel zu lange labert, ey. Versteh ich nicht. Dorten sehen wir halt, hallo. Geneck. Ja. Ich weiß, wenn das ein leines Luder ist. Ja. Ist ja auch egal. Abmord. 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 Definitiv. Hätten wir schon vor 20 Minuten, glaube ich, machen müssen. Auf jeden. Weil es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt. Also wir können jetzt auch wieder freundlich reden. Ja, mein ich ja. Dann. Gibt doch ein Däumchen nach oben. Ja. Falls ihr keinen weiteren Part verpassen möchtet. Ja. Und ihr noch nicht abonniert habt. Dann seid ihr sowieso schlechte Menschen. Dann tut dies doch jetzt. Weil so im Part 25 einsteigen ist ein bisschen komisch. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, richtig. Ja. Und falls ihr irgendwas loswerden wollt oder so, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ja. Konstruktive Kritik ist natürlich immer gern gesehen. Könnt ihr uns ja auch eure Meinung mal so schreiben, was ihr davon haltet, von den ganzen Genau. Diskutierten. Triple-Hate-Spielen und so. Triple-A-Spielen. So. Ja. Und diese Abzocke allgemein. Ja. Spielindustrie. Wie die uns noch verarschen wollen in der nächsten Zeit. So. Da kommt bestimmt noch einiges. Ja, looten. Das kommt aber alles aus dem Ami-Land. Ja. Ja. Und so. Ja. Ich wollte jetzt keine Publisher nennen, aber natürlich ist das... Kann man natürlich auch Publisher nennen jetzt. Ich kann mal Activision sagen. Die sind noch schlimmer. Meiner Meinung nach. Vielleicht sagen... Für den alljährlichen Call of Duty oder sowas gleiches. Hey! Ja, die Katze. Obisoft ist mein Lieblingsentwickel mit Stand. Wir machen ja auch nie dasselbe mit Assassin's Creed. Ist auch egal. Die Leute wollen es ja haben. Ich muss jetzt aufhören, ey. Für das kriege ich gleich... Na komm. Assassin's Creed Black Flag war absoluter Hammer. Ja, der einzige Assassin's Creed Teil, der wirklich... Nein, ich sag jetzt nicht noch mehr, sonst... Teil 3 fand ich auch richtig gut. Teil 3 hat so seine tollen Momente. Und viele Momente, die ich wirklich abgrundtief hasse. Verstattet den Essiger. Machen wir gleich. Naja, okay. Aber wie gesagt... Den ganzen Media-Kram und Abo-Gedönse habt ihr alles, seht ihr alles. Ja. Ansonsten liest Beschreibung. Ja. Genau. Ich bin der Dodo und ich sag, auf Wiedersehen. Wunderbar. Hm. Ich bin der Drackey immer, ne? Ja. Hast du auch gedacht? Werdet ihr das gedacht? Ja. Natürlich. Und verabschiede mich natürlich. Habt noch einen schönen Tag mit der Hose am Ende. All right. Bis zum nächsten Mal. See you. So, jetzt bitte ohne zu sterben darüber gehen. Das ist nicht schwer. Wow. So, jetzt musst du aber laufen, ne? Wir haben nichts für die Geister. Muss ich nicht hier an... Nee, da. Spiegel. Du musst an den vorbei. Rechtsanwalt vorbei. Blablablabla. Warte, mir ist mal gegratscht.